Servus YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der FIFA 17 Trainer Karriere hier bei mir auf meinem Kanal beim 1. FC KS Lodern. Wir sind ein paar Tage vor der englischen Woche und zwar spielen wir da auswärts gegen Braunschweig. Und das schauen wir uns doch jetzt mal an. Was ist da im Büro? Ja, er hat natürlich wieder Deutschland abgegrast. Was willst du da machen? Dann schick ihn woanders hin. Schick ihn wegen mir nach Argentinien. Schick ihn wegen mir nach Argentinien. Alles gut. Kommt ja dann auch bald. Nein, möchte ich nicht. Das monatliche Scouting-Update. Wir schauen mal auf die Mannschaft. Also die Mannschaft hat mir ja recht gut gefallen beim letzten Heimspiel. Und deswegen würde ich sagen, wir werden die auch mal auswärts ranlassen. Und zwar zu Gast eben in Braunschweig. Ja, Braunschweig wird in Gelb-Blau spielen. Wir natürlich in Schwarz. Im Auswärtstrikot ist klar. Ja, und dann legen wir los. Wie gesagt, Mannschaft hinten im Tor. Der Weiß, dann die Vierabwehrkette. Gauss, Schindler, Heubach und im Vene. Im Mittelfeld Dittgen, Freigörtler und Halfa als Zehner. Und im Sturm Cipilko und Jendry Seik, die mir echt gut gefallen haben. Im letzten Spiel beim 0 zu 0 gegen St. Pauli. Die haben da vorne viel Alarm gemacht. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ob wir es jetzt tatsächlich vielleicht mal schaffen können, mal wieder zu gewinnen. Ne, können wir nicht, weil wir hinfallen. So, dann schauen wir mal. Da geht es los in Braunschweig gegen die Eintracht im Union Park Stadium. Da ist Braunschweig in Gelb-Blau. Und wir in Schwarz von rechts nach links. Da haben wir Anstoß. Und auf geht's. Görtler. Dittgen. Gauss. Wieder Dittgen. Nein. Fehlpass. Probieren wir es nochmal. Mal gucken, ob ich wieder Sound habe. Ja. Scheint wieder Sound zu haben. Dann hat sich meine Capture-Card kurz aufgangen. Deswegen kurzer Schnitt im Video. Und Ball bei Weiß. Geht direkt weiter. Hier Gauss. Frei. Alpha. Jendry Seik. Sehr schön weitergespielt. Das Imwene. Imwene bringt die Flanke. Dittgen. Dittgen kann auch mal schießen. Erste Ecke. Getreten von Halfa. Wissen wir ja. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht im Konter laufen von Kumbela. Ne, laufen wir nicht. Alles gut. Frei. Hat den Ball unter Kontrolle. Da ist wieder Gauss. Dittgen. Immer ein Fuß dazwischen. Niemand. Schindele. Und Weiß. Weiß mit dem Abschlag. Ball bei Moll. Willy Braunschweiger mit Kumbela. Hochscheid. Wieder Moll. Und vorbei. Abstoß. Weiß. Wieder Moll. Nüman. Hochscheid. Schön aufgepasst von Tim Heupach hier. Einwurf für Braunschweig. Erneuter Einwurf diesmal für uns. Mw. Mw. Göttler. Frei. 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 Oh, schöner Ball, aber ein bisschen zu weit. Bisschen zu steil. Korea. Reichel. Wieder Korea. Wieder Reichel. Reichel. Schindl. Frei. Dittgen. Jendry Selk. Zweikampf mit Boland. Leider verloren. Kumbela. Nüman. Moll. Wieder Kumbela. Auf die Außen, aber der kommt nicht an. 30 Minuten rum. 0 zu 0. Halfer wieder im Vene. Halfer wieder im Vene. Muss er draufsteigen. Macht er auch. Macht er gut. Pass kommt nicht dort an, wo ich ihn gern hinhaben möchte. Ah, da wollte Halfer mit der Hacke spielen, aber Korea hat den Braten da gerochen. Hochschalt. Wieder Korea. Schindler. Frei. Vene den Ball am Boland. Kelifi kommt da an Gauss vorbei. Und Holber. Ich kann das Ding gerade noch retten. Da war es jetzt gerade so spannend, dass ich oben die Einblendung vom Zwischenergebnis nicht gesehen habe. Und weiß. Kurz vor der Hälfte nochmal geprüft. Ja, Ball ist weg. Ein Wurf. Braunschweig. Bis jetzt. Die erste Hälfte. Ein wenig Ereignisarm. Muss man doch mal sagen. Außer jetzt hier. Der Pass für Kumbela. Da ist wieder Kelifi. Kelifi ist schnell. Schindler. Fuso aje. Boland. Ja. Dann haben sie nochmal drauf geschossen. Und jetzt ist Halbzeit. Schiri bitte zum Pausentee. Wie gesagt, ein wenig ereignisarmes Spiel, muss ich doch sagen. Die halte Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Bielefeld 1-0 Düsseldorf. St. Pauli gegen Sandhausen ebenfalls 1-0. Und der VfB Stuttgart führt gegen den Münchner Löwen ebenfalls mit 1-0. So, also der Mal und Frey ist ein bisschen durch. Wir werden den auch rausholen und werden den Patrick Ziegler bringen. Und den Rest warten wir mal ab. Die restlichen zwei Wechsel sparen wir uns nur ein bisschen auf. So, gibt da einen Wechsel auf Braunschweiger Seite. Die Braunschweiger haben jetzt erneut Anstoß zur zweiten Hälfte. Ey, schauen wir einfach mal. Sind die Lauterer diese Saison wirklich so schlecht? Ja, der liegt immer noch. Der liegt immer noch nach diesem Foul. Ja, tut mir ja auch leid. Schiedsrichterball. Gut. Also, Domi-Kombeler ist leider Gottes verletzt. Tut mir sehr leid, aber was willst du machen? Schindel. Görtler. Tschibilko. Dittgen. Dittgen. Ball landet bei Korea. Das sollte man nicht tun. Hochschallt wieder. Imwene. Schindel. Entschärfen die Situation. Gaus. Jetzt das Patrick Ziegler. Neu. Vielleicht kann er Akzente setzen. Görtler. Jetzt. Und lässt Imwene mal laufen. Und Imwene holt im Duell mit Hochschallt immerhin einen Einwurf raus. Tchibilko. 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 Bis die sich gedreht haben hier. Ne, gut. Das ist ja kein hohes Niveau. Ne, das heißt Lautern gegen Braunschweig. Das ist nicht Bayern gegen Real oder so. Aber Schindel macht das ganz gut. 63. Minute. Wir gehen rein. Werden. Wechseln. Görtler und Dittgen gefallen mir eigentlich ziemlich gut. Aber wir holen Dittgen raus. Bringen Moritz dafür. Ja, und Hoffa für Jendry Seck. Und weiter geht's. Erneut der Wechsel. Auch auf Braunschweiger Seite. So, Wechsel sind durch. Weiter geht's. Hochschallt. Und Weiß. Gauss. Moritz. Halfa. Ball verloren. Aber Moritz holt ihn zurück. Hoffa. Niemann. Und Reichel. Schindel holt sich den Ball. Erneuter Angriff. Ziegler. Pass kommt. Aber nicht genau genug. Umladig. Schönfeld. Ja. Foul von Tim Heubach. Gibt auch Gelb. Kann man verstehen. Ist okay. Ja, man kann schon mal ein gelbwürdiges Foul abholen. Das tut nicht so. Tut einfach nicht so. Ja. Oh, Halfa mit dem Fehlpass. Und Hochschallt. Hofer. Hoffa. Immer noch Hoffa. Holten Einwurf raus. Gärtler. Wir kommen nicht zum Schuss. Aber gar nicht. Man ist ja schon schlimm, wenn du bei deiner Frau nicht zum Schuss kommst. Aber im Fußball ist es irgendwie noch schlimmer. Abduali. Ofo Suayi. Omladic. Und vorbei. Aber Schindel macht das gut. Hol sich den Ball zurück. Gauss. Ziegler. Oh Mann, ey. Hau doch den Ball weg, Mann. Ja, weißt du, ich krieg keinen Freistoß, oder wie? Ja, weißt du, ich krieg keinen Freistoß, oder wie? Nein. Ich krieg keinen Freistoß, oder wie? Ich krieg keinen Freistoß, oder wie? Nicht mehr wie recht. So, weg mit. Weg mit. Gebt Geld für Schindel. Ich bin weg mit. Ein bisschen Trikot gezogen, habt ihr gesehen. Ja, jetzt pfeift er ab. Gut, erneut ist 0 zu 0, auch diesmal in Braunschweig. Aber was willst du machen, kommt halt vor. Wir schaffen es in letzter Zeit nicht, Tore zu schießen. Wir verteidigen eigentlich recht gut, ja, schaffen es aber nicht, irgendwie ein Tor zu schießen. Die anderen Endergebnisse, Bielefeld gewinnt 2-0 gegen Düsseldorf, Pauli 1-0 gegen Sandhausen und Stuttgart spielt unentschieden gegen die Münchner Löwen. So, ja, dann gucken wir mal, vielleicht wird es im nächsten Spiel ein bisschen besser. Ja, hoffen wir doch ganz stark. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 17 Trainer Karriere. Und ich sag und tschüss.